jo leute herzlich willkommen zurück zu bioshock infinite wollen wir mal eine runde laden und dann gucken wir mal wie es weitergeht hier soll hier ja auch mal weitergehen pistol ist ziemlich low an ammo aber die wo man hier geht ja noch die besten einstellungstests sind die wo einer gar nicht merkt dass er getestet wird aber ich habe sie seit dieser verlosung da neulich beobachtet sie sind ein harter hund und in solchen zeiten brauche ich so einen wie sie ist sie nicht nur das wollen sie hat die wilden aufgewiegelt da hätte einer wie ich schon verwendet für einen alten pinker mann wie sie habe hier natürlich die fps noch nicht jetzt großartig gelimitet ist einfach mal auf 96 gegangen wollte es das doppeltes von dem was ich an bildern aufnehme macht so irgendwie sind da gibt's igels ok ach du scheiße Ich verlange nur, dass Sie die Sache zu Ende bringen, DeWitt. Wir wollen die anderen Bewerber nicht enttäuschen. Elisabeth, fertig. Unser erster Kandidat ist ein Veteran aus Peking. Was sagt man doch gleich über alte Soldaten? Also, ich setze auf Sie. Er ist ein alter Hase im Umgang mit Sprengstoff. Der einzige, den ich kenne, der dabei... Okay, jetzt wollen wir erst mal die Post abgleich wieder. Irgendwie immer so ständig, ne? So, dass Sie siehst, ist auch gut. Eigentlich wollte ich auch nur die Leiche durchsuchen. Dammt der Axt. Dankeschön. Muni ist immer gut. Junge. Dammt der Scheiße. Zeig mir mal, was die Hölle ist. Ja, von wo hast du geschossen? Da ist er doch der Sausack. Oh, haben wir jetzt wieder Ruhe, ja? Sehr schön. Dieser junge Draufgänger ist ein früherer Verehrer von Lady Comstock. Aber ohne das alte Mädchen weiß er nichts mit sich anzufangen. Ich habe ihn an der Jobbörse ergattert. Für kein Geld. Schrotflinte. Ach, schon wieder so einer hier. Mach mir meine Ente, Lady Comstock! Ich brauch mehr Zeit! Ja, komm. Jupp, dankeschön. Ja, komm. Oh, Feierabend. Ach. Action hier. Einfach nur Action. Oh, Feierabend. Ja, warte. Ich komm dir dahin, ey. Jetzt reicht's mir aber hier. Jetzt kriegt er schönen Schrotflinte hier. Bam. Also, genug des Vorgeplänkels. Ihr wahrer Gegner ist ein Automatenexperte. Wenn alle Sicherheitskräfte durch Maschinen ersetzen. In einem hat er recht. Es wären weniger... Ich krieg' hier mehrere Gegner auf einmal, ne? So hintereinander weg. Ja. Ja. Ja gut. Immer her damit, wenn wir gebrauchen. Stamm, der Scheiße. Ernte, was du gesät hast. Voll draufhalten. Das ist aber gut hier. Ja. Das ist... Lauf, 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 lauf. Was müssen wir das jetzt wieder machen hier? Oh, her damit. Ich hause sowas wie die Pests, ne? Ich gratuliere, DeWitt. Wissen Sie, als mir Ihr Name genannt wurde, hatte ich Zweifel, ob Sie der Richtige sind für den Job. Aber jetzt kann ich sagen, dass ich mich getäuscht habe. Ich bin nicht interessiert an Ihrem Job, Fink. Also, ich weiß alles über Ihren kleinen Job für Fitzroy. Aber wollen Sie wirklich Ihrem Angebot den Vorzug geben? Manch einer würde töten, um Sicherheitschef bei Fink zu werden. Sie sind eine harte Nuss, Mr. DeWitt. Eine harte Nuss. Aber ich verspreche Ihnen, ich kriege, was ich will. Wie war das eigentlich noch? Irgendwie konnte man sich den Weg anzeigen lassen, ne? Wo man hingehen kann. Will. Und so. Das ist V. Oder B. Oh, ne. N-Taste. Okay. Bei diesem quick gebundenen Zeug hier findet man sonst schlecht den Weg. Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, da zweifelte ich an deinem Verstand. Aber du hast mit diesen Dingern nicht nur ein Vermögen gemacht, du hast mir auch den Weg gewiesen. Du bist doch eine moderne... Wir schreiben 1912. Tja, es wird 2012, bis ich mich für einen wie dich interessiere. Was war das? Zu den Wagen! Ich habe ihn verloren! Ich krieg dich! Das wollen wir mal sehen. Boah! Boah! Holy shit, ey! Kompli da um eine Ecke gelatscht. Hat dich mich erschrocken, ne? Karabiner. Ja. Schön Muni dafür. Buka, da drüben ist ein Lockpick! Ja, ne, echt? Habe ich schon blinken gesehen, Mädel. Kann ja immer mal auf den Sack gehen, wa? Dann mach mal die Bude auf hier. Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunk machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unglug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, manchmal sind solche wie Fitzroy bitte nötig. Auch wenn die nur gering sind. Bitte schön. Oh, bitte nicht einfach nachmachen dann, weil das bringt euch nix. Der Rechner verhält sich anders. Hier. Salze voll. was machst du da schaut er doch hier so von unten naja gibt nichts mehr also weiter zu besteuern als weiße ist das nicht grausam die durchmischung der rassen zu verbieten ist das nicht grausam dem weißen man eine stimme zu geben und sie dem gelben schwarzen und roten man zu verweigern ist das nicht grausam aber die eigenen geschöpfe ausgefahren haben um an so einem ort eingesperrt zu werden fink braucht keinen großen grund anscheinend nicht grausamkeit kann lehrreich sein und was ist kolam ja anderes als die schule des herrn ja machen wir hier erstmal schluss würde ich sagen ja kann ich ja gar nicht nur ich muss ja wieder abwarten dass da oben wieder das ding in da kommt dann machen wir doch bitte erstmal das so wird ja wohl ein secret sein dann so ungefähr die neue kleidung die dir besondere fähigkeiten verleiht kannst immer nur vier ausrüstungsteile gleichzeitig tragen je einen teil pro ausrüstungstyp ja gut ist in Ordnung treu schadenradius was von sprengwaffen dann nehme ich es erstmal nur in dem fall wo konnte man denn da rumpulen mit ohne kräfte waffen ausrüstung ist er beim töten vom feind in gesundheit ja das ist gut tunnelblick siegeln erhöht den schaden von uns ansprende feiern aus der hüfte verringert den schaden 25 prozent ja das ist eigentlich schon ganz gut damit bin ich zufrieden kannst du das knacken na klar noch mal auf die nr 9 geschafft nicht dass ich hier wieder nochmal was spielen muss da habe ich nämlich keine lust drauf das speichersystem hier ein bisschen ungünstig ist aber man kann mir nicht vorwerfen wenn ich meine interessen wahre oder ich weiß daisy fitzroy hat eine berufung doch sie werden merken dass sich ihre wege trennen löwen ziehen mit löwen demit nicht mit hyänen ging übrigens on the fly mit den privatjuna statistic server das auf 80 umzustellen praktischerweise schön dass alt tab auch funktionieren kann steh mir doch nicht im weg rum mädel hier sieht es ja lecker aus ja ich finde die auch selber kleines alles kein problem muss das sein scheiß dunkel hier das gefällt mir gar nicht was den haben sie wohl fertig gemacht ne jetzt müssen wir uns einen anderen waffenschmied suchen nein tot ist tot elizabeth tot ist tot was was zum teufel ich sehe kopf und ich sehe zahl nur eine frage der perspektive warum folgt ihr uns wer schickt euch comstock was wollt ihr von was sieht man hier aus diesem winkel tot hört zu und so am leben booker chenlen hm hm langsam wird's peinlich man muss ihn etwas anstupsen soll ich zu den beiden hingehen oder was wir könnten ihm eine zeichnung machen ne die kochen noch dein schweigen vielleicht ist weg sie war niemals hier ein anderes kolumbia ein andersartiges die gleiche münze eine andere perspektive kopf zahl tot am leben wir müssen durchgehen in dieses andere kolumbia aber wie es ist wie fahrradfahren man verlernt es nie mehr man muss nur den mut haben aufzusteigen ja das war etwas kurios hier bei dem spiel aber trotzdem war das immer ein cooles spiel irgendwie öffne den rest ja dann mach mal auf mit anderen waffen ich schätze ein toter waffenschmied weniger wird nicht der einzige unterschied sein so und das dürfte jetzt gespeichert sein ne dann häng ich das dann hinten dran so und so bis dahin wenn es dann wieder heißt Bioshock entfindet ne machts gut oder besser